Herzlich Willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Heute Morgen hatten wir es von Vergebung bei unserer Andacht. Vergebung ist ein wichtiges Element in unserem Leben. Es ist zu unserem eigenen Wohlergehen, das wir vergeben, weil wir damit frei werden von Lasten. Lass los und bring es ans Kreuz. Alle deine Lasten, bring es ans Kreuz. Da bekommst du Vergebung und gleichzeitig sollen auch wir vergeben. Hoffnung um 12. Wir wollen dich heute wieder ermutigen. Heute zu dem Thema, entscheide dich, frei zu sein. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet.missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Entscheide dich, frei zu sein. Es sollte, hat mit diesem Thema schon angefangen und das ist wirklich eine Entscheidung. Das Vergeben, das Vergeben ist nicht. Wenn wir nicht vergeben, binden wir uns selbst. Wir schränken uns ein, dass geistig nicht das Gute und das Vollkommene mit uns passieren kann. Vergebung setzt uns frei. Und wir meinen manchmal, der hat es verdient, dass ich ihn hasse. Die hat es verdient, dass ich nicht mehr mit ihr rede und dass ich sauer auf sie bin. Ja, kann ja schon sein, dass die Fehler gemacht hat oder der Fehler gemacht hat. Das heißt ja nicht, dass wir erst vergeben, wenn die anderen richtig laufen. Wir müssen vergeben, dass wir selber frei werden. Und wenn wir frei sind, das ist eine Herzensentscheidung. Ist nicht für einen Moment. Ich habe schon viele gesehen, die haben sich im Gottesdienst bereit erklärt. Ja, ich vergebe. Halten die Hände hoch und sagen, ich vergebe. Beten auch ein Gebet. Ja, ich vergebe. Aber das Herz verändert sich nicht. Ich sage dir, Vergebung, wahre Vergebung ist, wenn sich das Herz verändert. Wenn du wirklich sagst, ja, der läuft falsch. Ja, die läuft falsch. Aber ich habe ihr vergeben von Herzen und die Sache ist für mich erledigt. Dann bist du frei. Und das ist das Wichtige. Auch wenn du irgendwie eine Sucht hast. Ich habe auch schon Menschen erlebt, die sagen, ja, wenn Gott will, dann soll er mich frei machen. Dann soll er einfach meine Zigarette mir wegnehmen oder mir den Alkohol aus der Hand hauen oder was auch immer. Das wird er nicht machen. Es ist eine Entscheidung, für dich frei zu werden. Du musst dich entscheiden und Gott hilft dir dabei. Er hat am Kreuz alles getan, dass du frei sein kannst. Aber es ist deine Entscheidung. Und das ist nicht was, wo du nur im Gottesdienst tun kannst. Du kannst es jetzt tun. Eine Entscheidung zu treffen, frei von Sucht zu werden, Menschen zu vergeben. Und ich sage dir, das ist eine Freiheit, die kannst du nirgends kaufen. Bekommst du nur bei Gott. Danke, Herr, für diesen Tag. Und danke, Herr, für diese Freiheit. Und danke, Herr, dass ein jeder begreift, dass er selber verantwortlich ist, frei zu sein und das Wollen zu haben, frei zu sein. Danke, Herr. Amen. Amen. Ein Gebetsanliegen von einer Frau ging per E-Mail ein und sie schreibt folgendes. Ich bitte um Gebetsunterstützung für das immer wiederkehrende Vorhofflimmern, das oft mehr als 20 Stunden mich quält und mich plötzlich überfällt. Danke, dass bei Gott kein Ding unmöglich ist. Bitte tragt auch die zerbrochenen sieben Wirbelknochen, die immer wieder Schmerzen bereiten, vor Gottes Gnaden drohen. Gott segne euch und danke. Und das wollen wir gerne tun. Jesus, ich danke dir, dass du diese Frau kennst mit diesem Vorhofflimmern. Und ich danke dir, dass du ihr ganzes Herz durchströmst mit deiner Heilungskraft, dass es wieder in die richtige Schlagsituation kommt. Danke, Jesus, dass du der Herr bist über diesem Herzen und dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch diese Frau fließt. Auch für die zerbrochenen Wirbelknochen. Danke, Jesus, dass du auch da Heilung schenkst, dass diese ganzen Wirbel wieder vollständig heil sind und in deine göttliche Schöpfungsordnung zurückkommen. Danke, Jesus. Du hast sie vollkommen geschaffen. Und ich danke dir, dass du eingreifst und dass du wieder herstellst in diesem Leib, in diesem Körper. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau bittet für ihre Mutter um Gebet. Ich bitte für meine Mama. Sie ist auf einem Auge blind und das zweite wird auch immer schlimmer, dass sie nicht erblindet. Vergelt Gott für ihr Gebet. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch diese Frau kennst. Diese Mutter, wo auf dem einen Auge schon blind ist. Und ich danke dir, dass du ihr Augenlicht wieder zurückgibst. Danke, Jesus, dass du diese Augen berührst und dass du sie heilst und dass sie wieder gut sehen kann. Danke, Jesus, dass sie nicht erblinden muss, sondern dass sie gut sehen kann, so wie du es vorbestimmt hast. Und ich danke dir, Jesus, dass deine Heilung auch in ihren Augen mächtig wirkt. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Gebetsanliegen. Die Infos sind eingeblendet und am Telefon heute bis 13 Uhr. Wir beten gerne für dich. Und eine Tochter bittet für ihren Vater um Gebet. Liebe Gebetsgemeinde, schreibt sie, betet mit mir für meinen Vater. Er hatte letztes Jahr Multiorganversagen, hat es mit Gottes Hilfe überlebt. Jetzt steht eine schwere Operation bevor. Betet mit mir für gute Genesung. Herzlichen Dank für euch alle. Auch Gottes Segen. Ja, das tun wir gerne jetzt für diesen Vater beten. Und danke, Herr, dass du jetzt der Herr bist. Danke, Herr, dass durch dich möglich war, dass er noch lebt. Und ich danke dir dafür, Herr, jetzt auch für diese Operation. Danke, Herr. Herr, danke, Herr, für Berührung, für Heilung. Herr, lenke die Hände der Ärzte, dass das richtige, gute Operation wird, die er auch gut übersteht und wieder eine ganz neue Lebensqualität hat. Ich danke dir dafür. Danke, Herr, dass die ganzen Organe du stärkst. Und danke, Herr, für Neues, Herr, in diesem Leben von diesem Vater. Danke, Herr. Amen. Und ein Gebetsanliegen von einem Mann. Er schreibt, ich habe Probleme mit meinem Diabetes. Er verschlechtert sich. Auch mit der Prostata und Blase beim Wasserlassen. Und mein linkes Auge ist auch entzündet. Ja, da braucht es eine Rundum-Erneuerung. Und das ist bei Gott möglich. Wir erleben es immer wieder. Danke, Herr. Herr, du siehst jetzt die vielen Dinge, Herr, die Blase, das Auge, Herr, und die Diabetes. Ich danke dir dafür, Herr. Herr, danke, Herr, dass dein Rhythmus wieder in diesen Körper hineinkommt. Dass deine Freude wieder reinkommt, dein Frieden reinkommt. Herr, der alles, alles vertreibt, was irgendwo krank ist und nicht richtig funktioniert. Danke, Herr, dass du Neues schenkst. Ehre sei dir, Herr. Amen. Amen. Menschen erleben Gottes Eingreifen. Schwerer Unfall empuppt sich zu einem Wunder, schreibt da jemand. Meiner Tochter ist ein Kind seitlich ins Auto gelaufen. Als meine Tochter nach Wochen die Adresse von den Angehörigen erhielt und sich nach dem Befinden des Kindes erkundigte, erhielt sie folgende Auskunft. Dem Kind geht es gut. Es ist zu Hause. Es hatte ein Schädel-Hirntrauma mit Einblutungen. Die Ärzte sprachen von einem Wunder, dass das Kind das überlebt hat. Wir sind unendlich dankbar für eure Gebete. Ja, das ist wirklich ein Wunder. Und aus den neuen Bundesländern schreibt eine Frau. Im August 2020 bat ich sie um Gebetsunterstützung für meinen Blutdruck, damit er sich wieder in den Normalbereich senken möge. Sie sanden mir einen mutmachenden und glaubensstärkenden Brief. An den Inhalt des Briefes erinnerte ich mich immer wieder und hielt daran fest. Ganz allmählich verbesserte sich mein Blutdruck. Jetzt bin ich voller Freude und Dankbarkeit. Mein Blutdruck bewegt sich wieder im Normalbereich. Dem Herrn sei Dank. Auch Ihnen danke ich für Ihren Gebetsdienst. Ja, manchmal heilt Gott gleich und manchmal dauert es eine Weile. Einfach in Etappen. Und eine Großmutter bat für die Ehe ihrer Enkelin. Ich möchte mich für eure Gebete für meine Enkelin bedanken. Ich hatte bei euch angerufen und um Gebet für sie und für ihre Ehe gebeten. Jesus hat die Gebete erhört. Sie sind wieder zusammen. Danke Gott und danke euch. Und eine andere Großmutter schreibt Folgendes. Ganz herzlich möchte ich euch danken, dass ihr für die Prüfung meines Enkels gebetet habt und gleichzeitig mitteilen, dass Gott alle Gebete erhört hat. Danke Jesus und danke auch euch. Was tun doch Großmütter für einen wunderbaren Dienst, wenn sie für ihre Enkelkinder beten? Ja, Gottes Wege sind manchmal unerforschlich und wir haben manchmal viele Fragen. Wenn wir das erste Zeugnis hören oder gehört haben, dass ein Unfall war und das Kind wieder sehr durch ein Wunder wirklich gesund wurde, würde man auch fragen, warum hat Gott diesen Unfall zugelassen? Warum lässt Gott Krankheit zu? Wir wissen nicht auf alles eine Antwort, aber wir wissen, dass Gott auf alles eine Lösung hat. Und das ist das Wunderbare. Hast auch du eine Lösung erlebt oder eine Gebetserhöhung erlebt? Lass sie uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet. Ja, der Tipp heute für dich ist wirklich, entscheide dich frei zu sein. Und ich habe dir ein paar Dinge gesagt. Wir haben hier nicht die Zeit, um eine halbe Stunde Erklärung zu geben, aber ich sage dir, triff eine Entscheidung. Arbeite daran. Triff eine Entscheidung, frei zu sein und arbeite dran. Sag nicht, ja, ich will frei werden und tue nichts, sondern arbeite dran. Wirklich, konzentriere dich wirklich, dass du nichts mehr tust in die Richtung, wo dich gebunden hält, weil du nicht vergibst oder weil du deine Sucht nicht irgendwo loslässt. Arbeite daran. Er will dich freimachen. Gott will dich freimachen. Wenn du Gebet haben möchtest, darfst du dich gerne an uns wenden. Die Infos sind eingeblendet und heute auch bis 13 Uhr am Telefon. Ich möchte dir heute unser neues Juli-Magazin ans Herz legen. Es hat wunderbare Inputs drin, viel, viel Information. Es ist sehr interessant zu lesen. Es ist völlig kostenlos für dich. Schau dir diesen kurzen Trailer an. Jetzt auch für Sie. Das Magazin Freude am Leben gibt es jeden Monat neu. Mit ermutigenden Artikeln für Ihren Alltag und aktuellen Infos aus dem Missionswerk. Und wenn Sie das Magazin zum ersten Mal bestellen, erhalten Sie das Buch Du bist wertvoll von Daniel Müller als Geschenk dazu. Gleich kostenlos bestellen. Schön, dass du heute dabei warst und wir wünschen dir noch einen gesegneten Tag. Alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de. Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.